um das war es nicht die damit nicht ab das ist ja das feiert sind leck mich leck mich doch einfach das ist ein scheiß ja ich verliere gerade die Lust irgendwie so ein bisschen denn es ist einfach nur ein bisschen zu schwer und das ist ein bisschen nachkommen das ist wieder scheiß gerade da ist der Schamane leck mich doch dickfett an der kann ich noch nicht mal ja leck mich doch schreit so wie ihr wollt der abster scheiß ach ist das ein kack ach ist das doch ein scheiße ich habe kein lust mehr ja Willentroll, Ork-Elite, das ist unser Charmant-Freund, gut, die anderen kommen nicht zu Hilfe, sehr freundlich. Nein. Ach man, Leute. Was ist mit dem Eisblock? Ne, bringt auch nicht viel, ne? Ja, so wirklich viel bringt mir das jetzt nicht, meine ich. Ich versuch's mit dem Golem, komm. Ist nicht euer Ernst. Ist nicht euer Ernst, ey. Ich werd hier nur gemobbt von dem Spiel. Alter! Die Bugs überhaupt über... Ah, leck mich, leck mich kreuzweise am Arsch, ey. Ich krieg grad übelst die Krätze, ey. Das ist echt nicht mehr... Es ist nicht mehr gut. Ganz ehrlich, ist nicht mehr gut. Meine Laune geht gerade den Bach runter. So, weißt du was? Verrecke! Mein Rrecke, wie auch immer. Ja, mit auf den. Ja, könntest du einen von denen wenigstens kippen. Ne, so. Das ist zu viel verlangt, oder? Weißt du was? Ich hab noch eine Idee. So, der ist eingefroren, der andere kommt. Jetzt werd ich den hier killen. Nächster. Bisschen beeilen. Unten heilen, schnell. Schneller! Loll, jetzt kommt der noch nicht, oder was? Was ist das denn jetzt für eine Verarsche? Ja, komm her. Ich muss lernen, gegen die zu kämpfen. Das wird noch massigweise von denen geben, glaube ich. Er ist echt kein Witz. Er ist so ein dreckiger Scheiß gerade. Ich verliere die Lust! Oh, gar nicht genug Mana! Ey, Leute, ich hab keine Lust mehr. Das ist gerade übelst nervig. So, da ist der Troll. Der ist mir gerade aber scheißegal. Ich werd mal eben zu Eisblock übergreifen. Nein, nicht dem Höhentroll. Den Höhentroll will ich nicht zu nahe kommen.